Hallo Leute, mein Name ist OZST und willkommen zurück zu Factorium, genauer gesagt Warptorium. Das ist das Mod, das wir hier spielen. Und wir sind gerade auf dem nächsten Planeten gelandet. Wo wir zuerst mal schauen, dass wir unsere Forschung wieder in Gang bringen. Ebenso die Munitionsproduktion. Dann platzieren wir mal einen Turm hier unten. Und da oben. Die Harzfelder sind etwas weiter weg. Wir brauchen hauptsächlich Eisen. Das machen wir mit doppelseitiger Befüllung. Und dann machen wir hier Kohle. Wir haben derzeit genügend Kupfer. Da muss ich mich um das nicht sorgen. Und den Bedarf an Stein lässt sich in diesem frühen Stadium. Gut von Hand abdecken. Füllen wir doch hier mal nach. Und die Forschung sollte unsere Plattform hier vergrößern. Dann machen wir doch weiter mit Mauern. Und hier die schraffierten Flächen. Da wird irgendwann mal was drüber kommen. und alles was da reingeht, so wird gelöscht. Ähm. So. Mal schauen. Äh. In meinen Büchern. Ja. Das funktioniert, glaub ich, dieses Setup. Äh. Aber. Ist uns allerdings hier etwas im Wege. Ähm. Machen wir die hier hin. Kiste mit den Erzen. Und da auch etwas Stein reinwerfen. Gut. Und dann haben wir hier Platz. Oder was auch immer wir dann benötigen. Ähm. Hier machen wir mal die Greifarme. Die Kohle ist noch nicht voll gelaufen. ONY UNTERTITELUNG Das war's. Ich baue mal noch ein paar Rote von Hand. Wenn ich nichts Besseres zu tun habe. Hey, hier geht doch schon mal die Kohle aus. Da Treibstoff. Da kommen die ersten Aliens. Ähm, ich lege mal... Das Munition hier rein. Hm? Okay. Okay. Da ist ein Nest. Die Spuko. Die Würmer. Die gefallen mir nicht. Okay. Nest Nummer 1 ist weg. Aber hier bin ich gerade außerhalb der Reichweite. Okay. Ich gebe das hier oben noch ein zweites Nest. Okay. Ähm. Dann machen wir mal die... grünen Fläschchen. Schauen wir mal, dass wir... die erforschen können. Und dann nehmen wir hier das angesammelte Erz raus. Denn das können wir da unten auf der Plattform in die Öven packen. Und dann... Ich gebe das einfach mal hier rein. Und hier fehlen uns natürlich die Eisenplatten. Für die weitere Produktion. sondern... ... ... ... ... ... Es scheint sich beruhigt zu haben mit den Aliens. Offenbar war das bisher das einzige Nest in Reichweite. Die Forschung macht auch schön Fortschritte. Die Forschung macht auch schön Fortschritte. Wir sollten genügend rote Forschung haben für ein Weilchen. Mehr als 200 Fläschchen. Sehr schön. Dann lass uns doch mit dem weitermachen. Das gibt uns 10 Minuten mehr Zeit auf dem Planeten, bevor wir rausgeworbt werden. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die 10 zusätzlichen Minuten dann auch brauchen. Aber ich denke, es kann ja nicht schaden sie zu haben. Okay, wir brauchen mehr von denen. Wir brauchen ein paar Reifarme. Hier hatte ich noch ein paar Kisten. Wir brauchen ein paar Kisten. Und wenn wir dann hier, da kommt Eisen rein, da kommt Kupfer rein. So, das gibt uns 10 Minuten mehr. Und das gibt uns eine zusätzliche Ebene. Die kommen jetzt von da oben. Und das gibt uns 10 Minuten mehr. Und das gibt uns 10 Minuten mehr. Ja, das scheint zu funktionieren. Jetzt hier das noch so machen. Dann haben wir automatisierte grüne Fläschchen und rote Fläschchen. Und vielleicht hier unten noch ein Turm. Gehe ich mal hier hoch. Aha. Da ist der Treibstoff ausgegangen. Wie weit sind die Nester weg? Und wie groß ist das Nest? Wo sind die zwei Nester? Gleich nebeneinander. Gefällt mir nicht sonderlich. Ja, wir werden mal sehen, ob wir uns auch so durchschlagen, ohne dass wir die Nester da oben zerstören. Wenn wir jetzt hier noch die Produktion ran machen, dann branden wir die Nester weg. Dann brauchen wir sie hier unten nicht. Und hier ist uns die Kohle ausgegangen. Echt gut. Und kann ich hier reinlegen. Und das sollte uns doch fürs erste Mal helfen. Noch zwei Öfen. Noch zwei Öfen. Noch zwei Öfen. Und das Kupfer. In dieser Phase geht es hauptsächlich darum, Materialien zu sammeln, sodass wir die Forschung vorantreiben können. Die. 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 Forschung. Wird sich in die. Wird langsamer werden, wenn wir nicht mehr Labore haben. und die Geschwindigkeit nicht erhöhen, denn hier diese braucht schon 20 Sekunden. Je Forschungsschritt. Aber ich denke, momentan sind wir gar nicht so schlecht aufgestellt. Wir verbrauchen weniger Munition, als wir herstellen. Das wird sich ändern. Hier kommt nicht Kupfer rein, sondern Eisen. Und dann läuft das Ganze auch wieder. Und mit dieser Maschinerie werden wir auch mehr Material verbrauchen. Und wir müssen natürlich aufpassen, dass wir hier nicht aus all unsere Munition verballern, denn wenn die Türme nichts mehr drin haben, dann bringen sie nicht sonderlich viel. Sind sie lediglich ein Hindernis. Hier haben wir 50 drin. Hier haben wir 50 drin. Hier haben wir 50 drin. Genau. Das sollte uns nicht passieren. Glücklicherweise stand ich ja gleich daneben. Und ja, je länger wir auf dem Planeten bleiben, umso mehr Aliens kommen, umso mehr Aliens kommen uns besuchen. Blech. Wir werden dann auch mehr Munition verballern. Aber derzeit hält sich das Ganze noch in Grenzen, die Gruppengröße. Ich glaube, das ist so etwas entscheidendes. Gruppengröße ist 3, 2, 3 und das kann ein einzelner Turm bewältigen. Wenn die Gruppengröße größer ist, dann kommen die bis an den Turm ran, knabbern am Turm und das überlebt der Turm nicht sonderlich lange. Ja, ich denke, wir haben zwar jetzt 10 Minuten mehr Zeit pro Planet, aber die Aliens werden immer hartnäckiger. Darum denke ich, lassen wir doch hier einfach mal die Öfen durchbrennen. Und wenn wir dann soweit sind, können wir zusammenpacken und uns auf den Weg zum nächsten Planeten machen. Wir haben hier einiges an Kohleauflager. So. So. Da sind wir durch. Da sind wir auch durch. Das waren die Erzfelder. Okay, sieht so aus, als wäre uns die Kohle da unten ausgegangen. Ein guter Zeitpunkt einzupacken. Ähm. Haben wir auch alles? Ja, sieht so aus. Und dann machen wir uns auf den Weg auf den nächsten Planeten, wo wir hoffentlich mehr Ressourcen finden und unsere Forschung vorantreiben können. Ähm. Ja. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Also, bis zum nächsten Mal. 절 mal auf. Oh. Tja exaktor. Schon mal auf.